Die Mini-WLAN-Kamera überzeugt mit ihrem großen Blickwinkel. Am Gerät selber gibt es eine Aufnahmetaste, Status-LEDs, ein Ein-Aus-Schalter und ein Speicherkartenslot sowie USB-Anschluss. Das Gerät ist jetzt mit einem iPad verbunden. Wie man sieht, erfolgt die Bildübertragung ohne große Zeitverzögerung. Mit dieser Taste kann man die Aufnahmen am Tablet starten. Drückt man hier drauf, werden Aufnahmen direkt auf der Micro-SD-Karte im Gerät gespeichert. Diese verfügen über eine höhere HD-Auflösung. Fotoaufnahmen sind möglich. Am iPad kann man sich dann die Videoaufnahmen ansehen und auch die Fotos. Über die Einstellungen kann man den SSID-Namen des WLAN-Netzwerks und das Passwort verändern. Hier sehen Sie jetzt ein Originalbild der Kamera. Der große Weitwinkel wird sehr schön deutlich. Diese Mini-WLAN-Kamera können Sie auf www.alarm.de erwerben. Was killed in討 sectember? Da.